Einen wunderschönen guten Morgen, die Damen, die Herren, ich bin's, euer lieber Odo, und wir sind zurück bei Disco Illusion. Wir haben das letzte Mal ja die Race Theory internalisiert. Das ist eine gute Frage. Ich bin nicht die erste Linie der Defense, ich bin die letzte. In addition, die sogenannten Hardy Boys sind ein effeminate Klick von Körperbindern. Seine Firma ist spirituell degradiert. Er kann sie also nicht ausstehen. Du bekommst auf etwas Artificiales in seiner Tone, wie er auf ein Akt. Das ist nicht wie ihm. Er ist meistens mehr selbst. Aber du bist nicht aus dem Gym. Aber du bist nicht aus dem Gym. Ah, gut. Sie haben vor kurzem fallen unter der Influenz von einem möglicherweise sexuell verletzten Frau Vagrant. Und einer Narcotics-Pedler. Das ist schade. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Find out for yourself endomorphic Blub. Okay. Interessant. Let's get over that fucking Race Theory. Knock him out. Okay, das könnten wir natürlich prinzipiell versuchen. Aber ich fürchte, da werden wir nur ausgehen. Wir werden das versuchen. Wir müssten einen 11er oder 12er würfeln. Das ist gar nicht immer so unwahrscheinlich. Ich meine 8%. Ich denke, ich weiß, was die Race Enigma ist. Und? Das ist schade. 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 Das ist Aria-Opa-Guide Superstar, I can serve as fuck in your administration. Maybe you need a call. Ok, wir wollen rennen, also müssen wir ihm was freundliches sagen. Das ist alles nicht freundlich. Jeder kann das sehen. Es hat nichts zu tun mit dem Reis-Enigma. Baby, bleib nicht. Gib ihm noch eine Chance. Alles für dich, Baby. Okay, das ist nicht die richtige Antwort, okay. Paradoxisch, du planst zu superieren Momotos. Schau, Baby. Der Mignon ist auch ein Rassist. Aber der Rassismus ist Basik und Rode. Er denkt, er hat eine große Reis-Enigma gemacht, indem er ein Rode-Mechanismus von Reis-Scientifik. Okay. Die Basik-Reis-Education er hat in der Hochschule gebracht hat, er hat ihm zu denken, dass seine Phylums die einzige Autor der Reis-Theorie sind. Ein esoterischer Studie zurück in die ancient Mass-Society von Perikarnassys, über 4.500 Jahre vor. Okay. Was auch immer. Riech was du willst. Es ist einfach nur so wie das Techno-Bubble-Fon aus Stadt. Aber wir haben immerhin einen Task completed und wir haben Experience-Gain. Ich bin nicht ein Rassist und keine Hilfe. Das ist alles, was ich wollte. Sehr gut. Du kannst die Tür einmal öffnen. Unsere Reis-Konversation hier hat geschlossen. Endlich. Los geht's. Sehr gut. Diese Tür müsste jetzt offen sein. Wir haben es geschafft. Wir kommen in den Hafen. Nach nur zwei Tagen. Und wir haben noch immer nicht die Lächer abgehängt. Wir sind jetzt eingesperrt da herinnen. Das ist ein Dewey-Type-Writer. Model name ist auf der Seite. Standard Office File Cabinet. Mette Brows, sieben die Lächer. Niemand hat den Koffe Maschine auf. Hey, Kaffee. Da klickt die Holtlooks, die hände quasi aus. Wollen wir sie nicht trinken? Oh, viele, viele sie wollen. Yes. Eine Post-Alar. Das stimmt. Okay. Okay. Interessant. Und jetzt haben wir eine 40-prozentige Chance. Wohlwischen. Hm. Schauen wir mal, ob wir Malition steigern können. Ah. Oh. Oh. Okay. Ja. Warte mal. Wollte ich das machen? Wie? Okay. Okay. Was haben wir da? Wir haben eine Postkarte. Okay. Wir haben jetzt insgesamt fünf Skill Points. Das heißt, wenn wir das Volition nicht schaffen, können wir Ublevelen einfach und aus machen wir doch klart. Aber zuerst... Nein. Zuerst schauen wir noch, ob wir Volition irgendwie heraufbringen können. noch durch irgendwas, was wir anziehen können. Aber ich glaube nicht, dass wir irgendwas an, was Volition ist. Was heißt Volition überhaupt? Nix. 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 Okay. Okay. Sohn. What if we have let us float before your eyes. Less meaningful, but aesthetically more pleasing? If I let my eyes go completely out of focus, all shapes start melting into one of you. Is that what you're doing with those folders over there? Yes. Right. This is probably not relevant to our case. After all, we are not investigating an accounting mystery. Okay. Sollen wir das gleich machen? Nein. Zuerst schauen wir uns nach oben. Ach. Ja. Wir brauchen nichts. Haben wir alles genug? Ha! Visual calculus und... Nicht schlecht. Könnten wir manchmal brauchen. Classes. Wir haben auch keine Classes. Was? This was stuffed away in the dog workers union office. Ich muss eins auf drama, das will ich eigentlich nicht haben. Das will ich eigentlich auch nicht haben. Was ist das? Sowohl drama als auch authorities sind. Die mag ich beide. Was ist das? Was ist das? The radio's emitting strange. wir wollen nicht telefonieren und das dürfte die tür nach draußen das ist ein Interacting The leading intellectual organ of Martinez communism offers a radical masovian perspective on a range of contemporary issues. However features a stylized portrait of the late King Frissel with a pair of white antlers growing out of his head Danke dass konnte schon diesen Why Frisseli? Because Frissel was incompetent, foolish, and cruel. In short, the embodiment of everything the German arts wished to overthrow. It's satire, you see. Look through the pages what catches the eye There aren't any full color pictures to direct your attention. Just column after column of closely set text, interrupted occasionally by little doodles in black and white. After rifling the pages with your thumb several times, you return to the table of contents. The magazine is divided into several sections. International development, Kunst und Kultur, and local concerns. Just inside the cover, there's also an editor's note. Comrade, as you know, this journal takes its name from Mezov's immortal expression. Du cristal a la fume. This was his way of describing the way the rigid crystalline structures of capitalist ideology turn to smoke under communism. Okay. But, like the structures of capitalist ideology, we too are at risk of going a la fume. Unlike many publications which are content to spoon feed their readers reassuring drivel, la fume is committed to telling the radical truth, even when that truth may drive away potential subscribers. Only four issues in, and it sounds like they've already alienated their readers. So please, if you value our radical Masovian perspective on contemporary politics, culture, and international affairs, please consider subscribing today. Yours in struggle, the editors. Who's but Kim? I think this is a communist magazine. Great, cool, pretend everything's in order. What do you expect? It was laying around the office of the Debarders Union. They're probably bankrolling this thing. You flip back to the front of the magazine. The table of contents unfolds before you. Uh, no, the local concerns. Surprising. Much of this section is taken up with articles declaring unqualified support for the dock workers strike. You skim the headlines. Paint the harbor red and white. Martinaise tames the wild pines. A city in revolt. First we take Martinaise. Then we take La Delta. Oh Gott. Das sind schlechte Anspielungen. Ah, unfassbar. Mieter rauswerfen, die ihre Miete nicht bezahlen. Damn communist. Could've killed a lot of them. If they had the chance. If it weren't for the wild pines, all those moochers would be out of a job. Charging rent just to live somewhere is pretty outrageous. Ja stimmt. Du musst noch Geld sammeln sammeln dafür. Wouldn't it be better for everyone if labor and capital could reach some reasonable accommodation? Hm. Why should I care? This doesn't have anything to do with me. According to these editorials, there can be no accommodation with the forces of international capital or their mucilaginous allies in the coalition. We have got a moral. How can it be that we only had a moral? Why do communists love purile insults? And they wonder why they're always being left out? Okay. Let's start with Kunst and Kunst. It takes a moment, but gradually it dawns on you that Kunst und Kultur must mean arts and culture. Mhm. Why they decided to title this one section in Walda is behind you. Aha. Walda is German. It evokes a sense of recognition and fellowship among those privileged enough to understand. Hm. Also um. As you leave through this section you come across several reviews of recent radio plays as well as a brief artist spotlight featuring a local artist identified only as CS. How did the artist say it's behind you? How did the artist say it's behind you? Connie the Skull or something? The main feature though is a long essay titled Tip Top Tournay. A critical musovian perspective. The Tip Top Tournay is an Inter Isolari racing series mostly known for its high speeds, ludicrous sponsorship deals, and high death toll. Hm. Okay. Read the profile of CS. Read the profile of CS. That certainly sounds like a single delinquent youth who likes to harass you from her balcony. Yeah. Cindy the Skull. Yay. Alright, let's see what these communists have to say about Tip Top. You think you're settling in for a relaxing recap of the most recent season. Maybe sprinkled with some nice anecdotes about a few of the more colourful drivers. Instead, you find yourself skimming a 10,000 word feature about all the politically problematic aspects of Tip Top Tournay. Wait, what's wrong with Tip Top? That sucks too much. Where to even start? For one, there's the crass commercialism of its sponsorships. Yeah. And then, there's the practically criminal emphasis on deadly motor crashes. Hm. Okay, cool. So, all of it. Basically. Hang on. With this stuff. Oddly enough, this article has two bylines. Nestep, Encolada, Bernal, and Exilus, Buka. Okay, do I have to recognize them? There's no way those are real names. Wait, why aren't they real names? Have you ever met anyone named Exilus? Come on. They're plainly pseudonyms. I don't know. What's so bad about sponsorships? What's wrong with a good motor crash? They just keep it interesting. Under capitalism, the article says, every pursuit has its price. Every pleasure, even one as elemental as the joy of racing others around a track, is reduced to an advertising opportunity. Okay. Thus, the so-called tournée becomes a competition between increasingly meaningless brand signifiers, your discount laundry detergent racing against a pack of Astra cigarettes, or even a fritter. Okay, right. But when do you get to see them crash? And that precisely is what's problematic about it. Were it not for the promise of random, spectacular violence, audiences would quickly lose interest. Okay. At the end of the day, it's the destruction of these 750,000 real racers that you're really watching for. Okay. I'm pretty sure I like it for the racing. Oh, you're right. I really am just in for the... Uh, yeah, natürlich. One cannot avoid the conclusion that Tip Top Tournée is simply the apotheosis of spectacular entertainment under capitalism. Kim, did you know Tip Top Tournée is actually an orgiastic ritual of capitalistic destruction? I had no idea. That's good. Kim, you wouldn't believe how badly written some of these articles are. Kim, the article says that no one really watches Tip Top Tournée for the races. Yeah. I can safely see the thought that never crossed my mind, detective. Where is his brow? I wonder what else is really just a metaphor for life under capitalism. I'm sure most things are, if the young men who wrote this article are to be believed. If I had to wager, I'd say they've never even seen the inside of a motor, much less a motor race. I take whatever they write with a large grain of salt. Ah, that's right! I forgot that, that's it. He's totally in... He's totally in... He's totally in... Panicomotor and so-tour and so-tour. The thing can be of course not from this. He's perfectly anti-communist, in the... Okay, International Developments. Okay. Okay. Stimmt, ich habe keine Ahnung. Passt. Wir sind das Magazin durch. Finde ich gut. Das war mehr Information, als ich wollte. Na gut. Wir machen jetzt noch Folgendes. Wir werden Volition um eins erhöhen. Und werden noch einmal, ähm, und werden noch einmal diesen Ding durchsuchen. The file cabinet stands steady as ever, and the unlocked drawer slides out to greet you. Das Sieb muss hören, müssen wir hören. Komm schon. Hopp, wir werden noch. What kind of hidden hair is hidden well. Concentration isn't enough. Only a trained accountant with a background in logistics would be able to really make sense of it. However, there is a little handwritten note stuck on the side of the drawer. Look at the note. It appears to be a to-do list written in large, uneven capital letters. Das klingt gut. Everarts shoes, special whirling borscht, water Everarts plants, sweet office floor, more banners. Ah, das ist offensichtlich jemand, der was zu tun hat für den Boss. Das klingt interessant. All items on the list have been crossed out, and the note itself is crumpled. Ah, look, Kim, a new note on the list of errands for Everarts. Everarts Claire, probably. The head of the debarters' union. One of his aides must have left it. Nothing incriminating here. Stimmt. The special borscht seems a bit odd in the list. Das stimmt, ja. Vielleicht die Drogen. What is so special about this borscht? Code for drugs, booze... Oh, Elektrochemistry war mal... War mal... War mal sinnvoll. Ich bin entzetzt. Take another look at the note. Remember, Leo, Everarts shoes. Special war... All items on the list have been crossed out, and the note itself is crumpled. The drawer slides shut smoothly. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine interessante Information war, die wir da gebraucht haben, aber gut soll sein. Haben wir was anderes, wo löschen, freigeschalten da durch? Ach Gott, bitte, wieso? Ich hasse das... Ah, da haben wir noch eine Information, die wir wahrscheinlich freigeschalten haben. Na gut. Okay, meine lieben Freunde, das machen wir heute. Ähm, wir machen das nächste Mal hier weiter, indem wir da rausgehen und schauen, was auf der anderen Seite der Tür ist. Und dann, tschüss euch! Und dann, tschüss euch! Und dann, tschüss euch!